Ja, Servus und guten Morgen hier von der Insel Fehmarn. Unser letzter Reisetag. Wir bereiten uns gleich vor und packen alles zusammen für die Rückreise. Zunächst mal vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt hier auf der Reise. Ganz tolles Abenteuer, vier Länder, super Sachen gesehen. Ist was für uns, diese Geschichte. Wieder mal Traumwetter. An unserem letzten Reisetag. Ganz, ganz toll. Ja, schade eigentlich. Also wir hätten gerne noch drei weitere Wochen, wären wir noch gerne durch die Gegend gefahren. Irgendwo wäre noch länger in Norwegen geblieben. Das ist sicherlich noch ein Ziel, dass wir nochmal anfahren werden. Und zwar ein bisschen weiter nördlich. Dann auch im Sommer. Dann wird ein bisschen mehr Verkehr sein. Wie gesagt, wir packen jetzt zusammen. Und vielen Dank an alle. Wir sehen uns. Bis dahin. Danke. Ciao.